Was ist die Enklave? Die Enklave ist Einheit. Die Enklave ist Staat im Staate. Die Enklave ist ein kleiner Zirkel, der nach seinen eigenen Prinzipien und Regeln funktioniert. Und innerhalb dieses Zirkels muss sich der Protagonist zurechtfinden. Er begibt sich dort auf eine Reise ins Herz der Finsternis. Das ist ein Thema, das wir schon bei Apokalypse auch finden, das sich aber auch bei Christian Kracht zum Beispiel findet. Und auf diese Suche begibt man sich nicht nur tiefer in den Dschungel hinein, sondern auch tiefer in das eigene Ich, in die eigene Psyche hinein. Und dort muss sich der Protagonist am Ende entscheiden. Und dort wird er auch feststellen, Enklave, das ist auch Erlösung. Die Enklave Die Enklave Die Enklave Die Enk два Die Enklave Untertitelung des ZDF, 2020